Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist der 24. November 2024. Das Bern einfach. Spezial zum Abstimmungssonntag. Dominik Feussi und Markus Sommer. Ja, was sollen wir sagen? Es ist ein Sonntag, den man wieder vergessen kann. Ich nehme es eher humoristisch, weil irgendwo muss ich sagen, es ist fast tragisch, wie deutlich die Bürger verloren haben. Dominik, was sind mal die ersten wichtigen Resultate, die wir zusammenfassen müssen? Ja, wir nehmen das auf nach den Vieren. Ich habe jetzt nochmal geschaut, wie die Hochrechnungen sind. Definitiven Resultate gibt es nicht. GFS Bern meldet via SRF folgende Resultate. Das ist überall knapp, aber 54% Ja zur einheitlichen Finanzierung vom Gesundheitswesen. Dann 52% Nein, Revision Mietrecht betreffend Eigenbedarf. 51% Nein, wo es um die Untermietung geht im Mietrecht. Und 52% Nein bei den Engpass-Beseitigungen des Autobahnnetzes. Genau, also das heisst, wir haben drei Vorlagen, die durchgegangen sind und eine, immerhin eine, ist durchgekommen. Und das ist meiner Meinung nach sogar eine wichtige, die doch eine gewisse Entlastung wird geben. Also eigentlich muss man da sagen, da sind wir sehr froh. Das ist gut, das hat man offensichtlich den Leuten klar machen können. Aber natürlich, das grosse Thema sind nicht unbedingt Mietvorlagen, sondern die Autobahnen. Der Albert Rösti ist untergegangen wie ein schwerer Sack im Wasser. Er hat sich wahnsinnig bemüht, ist sehr viel auftreten, hat alles gegeben. Aber eigentlich muss man sagen, Dominik, der Albert Rösti war fast der Einzige, was man gesehen hat oder was man gespürt hat in diesem Abstimmungskampf. Es war ein ganz komischer Abstimmungskampf aus Sicht der Bürgerlichen. Ja, das ist so. Ich meine, ein Bundesrat allein, auch wenn er bürgerlich ist und beliebt ist bei den Leuten, das reicht halt nicht. Linksgrün hat besser mobilisiert. Man sieht es auch der Stimmbeteiligung an, die ist nicht so hoch, die ist unterdurchschnittlich für die letzte Zeit. Und dann ist es, wir haben das auch schon gesagt, dann ist es so, dass Linksgrün halt an die Urne geht. Und mobilisieren hat man auf der bürgerlichen Seite eben offenbar nicht können. Das kann ein Bundesrat allein nicht, auch weil er das nicht darf. Also wir kritisieren ja manchmal, wenn der Bundesrat durchdreht und sich zu Kampagnenmanagern erklären. Das geht eigentlich ja nicht. Sondern wer muss denn das machen? Das müssen bürgerliche Verbände machen und das müssen die bürgerlichen Parteien machen. Und ich weiss nicht, ein paar Abwesende, wir nennen ja immer Namen, ich finde Marcel Detling, SVP-Präsident, zu spät eingesprungen. Vor einer Woche richtig ins Thema reingegangen. Und der grösste Abwesende ist der Gerhard Pfister, den hat man gar nie gesehen. Und seine Partei, du erinnerst dich gerade an die Umfrage vor zehn Tagen, die letzten, seine Partei ist zu einem Drittel, ist die Basis im Nei gewesen bei linksgrüner Politik. Und dann reicht es halt nicht. Und ich meine, angesichts des knappen Resultats, muss man sagen, die zwei Sachen haben Ausschlag gegeben. Genau, das ist nämlich der Witz, oder? Also wenn man sagt, ja, sagen wir etwa drei Prozent, man rechnet es mit 53 Prozent. Ja, also hat es an drei Prozentpunkten gefehlt. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Wenn die Ostschweiz und die Innerschweiz anschaut, wo die Bürgerlichen relativ sehr stark sind, die haben offensichtlich nicht gut mobilisiert. Und das wären nicht so wahnsinnig viele Leute gewesen, wo man hätte mobilisieren müssen, dass das Ergebnis anders rausgekommen wäre. Weil, dass die rot-grünen Städte so stimmen, wie stimmen, ist sowieso klar gewesen. Und auch, muss man halt wieder einmal sagen, die Westschweiz ist schon langsam auf den Deckel. Eine Wand von Linken, das ist also schon unglaublich der beste, der lustigste Kanton, muss ich sagen. In diesem Zusammenhang finde ich wirklich die Jura. Also die Jura ist wirklich der Super-Ego-Kanton. Ich meine, denen haben wir noch ein paar Autobahnen gebaut, die niemand braucht, oder? Wir sind noch so lieb in sich, sie haben eine Autobahn gebaut. Aber wenn es dann darum geht, dass wir, die irgendwie im Mittelalter im Stau versaufen, auch noch ein bisschen könnten vielleicht wieder mal einen Tunnel rüberkommen, dann sagen die mit fast 70 Prozent, nein. Also ich muss sagen, die Jura ist, das ist also ein richtiger Ego-Kanton geworden. Aber auch die anderen Westschweizer Kantone, bittere, bittere Ergebnisse. Aber wenn wir ein bisschen in die Ursachen gehen, wir haben es gesagt, es ist eigentlich relativ knapp gewesen. Es ist klar, die bürgerlichen Politiker haben meiner Meinung nach das nicht gut gemacht. Sie haben das wahrscheinlich nicht ernst genommen. Man hat wahrscheinlich noch im Sommer das Gefühl gehabt, das läuft sowieso gut. Und man hat vielleicht auch ein bisschen eine gewisse Arroganze entwickelt, weil man hat so das Gefühl gehabt, der Rösti ist jetzt einfach der Supermann. Oder, weil er gewöhnt sowieso alles, der ist so beliebt und so. Da müssen wir gar nicht mehr viel machen. Also ich glaube, man hat die Vorlage vollkommen unterschätzt. Das ist das Einte. Und das Zweite ist, und das ist ein bisschen ernster, oder? Mich denke, die Zusammenarbeit zwischen den bürgerlichen Kräften, sagen wir mal zwischen den Parteien, aber auch vor allem zwischen den Verbänden, funktioniert überhaupt nicht. Ich meine, der Gewerbverband hätte jetzt die Kampagne müssen führen, aber dann ist es immer so, wenn ein Verband zuständig ist, dann hat man das Gefühl, die anderen hängen einfach ab und machen nichts. Ich meine, zum Beispiel der Bauernverband. Ich habe nichts, aber auch gar nichts gesehen von dem famosen Bauernverband, wo Klopferdeckel immer auf unsere bürgerliche Solidarität rechnen kann, wenn sie irgendwelche birreweiche Vorlagen von der Linken abwehren müssen. Aber jetzt, und ich meine, die Landwirtschaft ist genauso darauf angewiesen, dass sie ihre Tiere, dass sie ihre Waren auf den Autobahnen gut transportieren können, von denen hat man nichts gehört, von der Landwirtschaft gar nichts gehört. Ökonomisch weiss, nichts, nichts. Logistikbranche, Kopf und Deckel, es ist ja vor allem, wir haben es vorher besprochen, es ist ja nicht nur einfach die Leute, die im Stau stehen, es stehen ja vor allem Güter, Transportler stehen im Stau und unsere Waren werden teurer wegen dem. Und wo war die Transportbranche? Niemand. Man hat nichts gehört von diesen betroffenen Kreisen. Also man muss schon sagen, es ist eine wahnsinnig hilare, fahre Stimmung in diesem bürgerlichen Lager. Ja, komme ich heute, komme ich morgen. Also der TCS hat auch gefehlt, oder? Das ist der grösste Verkehrsverband der Schweiz, eine Macht. Da hat, ja, der Präsident hat, glaube ich, irgendwann mal ein bisschen ein Interview im internen Blättli, das eh niemanden liest. Aber du sagst es richtig, ich finde auch wirklich, die Güterfrage ist extrem untergegangen. Das hat man heute Nachmittag gesehen, bei so einem Interview mit Befürworter und Gegnern. Es ist gar nie um Güter gegangen. Also SRF hat schon sehr früh, ich glaube, um halb eins, ein Interview gemacht mit dem Beat Flach. Das ist der, aber durchaus repräsentative Linksausleger von der grünen-liberalen Partei. Ja, der hat gesagt, ich habe genau zugelassen, erstens, es gab eine sachliche Kampagne von Links-Grün. Dabei ist das die Trump-Kampagne 2.0 gewesen. Aber Ritem, die Lösung für den Stau sind für ihn Carpooling. Also das heisst, dass mehrere Leute, Fremde, miteinander zusammen ein Auto besser ausnutzen und das Velo. Also Velo fahren ist die Lösung für die Probleme, die man hat, irgendwie beim Fersenberg-Tunnel zwischen Zürich und Schaffhausen oder da bei uns zwischen Wankdorf und Schönbühl, fahren alle mit dem Velo in Zukunft auf dem Pannenstreifen wahrscheinlich und jubeln, wenn sie den Beat Flach sehen, der mit dem Lasten-Velo aus dem Aargau kommt. Aber Güter sind nie ein Thema gewesen. Das finde ich wirklich das Problem. Wir haben die Zahl ja gesagt, 70% der Güter gehen über die Autobahn. Und jedes Sojaschnitzel von der Lisa Mazzone, die hat übrigens auch gesagt, die Lösung ist Fuss- und Veloverkehr, jedes Sojaschnitzel von der Aline Trede muss über die Autobahn kommen. Genau, und der Ding hat das eigentlich richtig gesagt, aber erst am Freitag, Marcel Detling, dass die Leute, die sitzen dann im Zug Minter-City zwischen Bern und Zürich und finden natürlich, es geht ja alles gut, wir brauchen hier gar keine Autobahnen und während dem Zugfahren bestellen sie dann auf Amazon irgendwie 300 Bücher. Oder nein, gut, die Bücher lesen sie ja leider nicht mehr so viel. Aber sie bestellen zwischendurch irgendetwas und haben sich wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht, wie denn das Zeug überhaupt zu ihnen nach Hause geliefert wird. Nämlich nicht mit dem Lasten-Velo. Nein, aber das muss ich sagen, das ist sicher auch ein Fehler gewesen für den Bürgerlichen, aber vor allem auch für die Transportbranche. Ich muss sagen, die sind total direkt betroffen, von denen habe ich nichts gesehen. Und es ist schwer, schwer nachvollziehbar, dass man eigentlich eine so eine wichtige Vorlage so schlittern lassen hat. Wenn du da weiter nachdenken würdest, woran liegt es eigentlich? Ja, man muss schon noch die Vorlage genau anschauen. Oder sie stammt von der Simonetta Somaruga. Und ursprünglich ist sogar ein Projekt weniger drin gewesen. Es sind fünf Projekte gewesen. In der Romandie gar nichts. Und Oni suaki mali pense. Ich bin mir fast sicher, dass Simonetta Somaruga diese Vorlage so schlecht oder ungenügend gemacht hat, weil sie ja gesehen hat, was irgendwann einmal droht. Nämlich das Referendum. Und es ist schon so. Stell dir vor, du bist Autofahrer und stehst in Lugano, Agglomeration Lugano, jeden Tag im Stau. Oder in Aargau, jeden Tag im Stau. Oder in Zürich, jeden Tag im Stau. Oder dort Richtung Solothurn, wo es ähnlich aussieht. Oder an anderen Orten, im Wallis zum Beispiel, gibt es auch Stau und so weiter. Oder in Luzern, rund um Luzern, Zug, Rotkreuz. Hast du dann das Gefühl gehabt, jawohl, diese sechs Projekte, die lösen jetzt mein Problem? Möglicherweise eben nicht. Und das hat dich erstens nicht mobilisiert. Oder du hast vielleicht sogar Nein gestimmt. Es könnte durchaus sein, dass diese Vorlage zu wenig und zu spät gekommen ist. Genau. Und da muss man sich auch einmal daran erinnern, dass in der Schweiz, wenn man die ganze Geschichte anschaut, von der Ausbauten, von der Infrastruktur, also da rede ich jetzt auch von den Eisenbahnen, es war immer, weil wir föderalistisch sind, muss es irgendwie allen Regionen ein bisschen etwas geben. Und das ist völlig richtig, wie du sagst. Es ist, ich meine, sechs Vorlagen, sechs Projekte. Und die Grossregion Zürich, wo du am meisten Stau hast, einfach nichts. Das ist schon mal ein Riesenfehler. Dann das Mittelland praktisch nichts, ausser Bern. Eben, Aargau und Solothurn hatten gar nichts davon. Dann das Tessin, wo auch Nein gestimmt hat. Und gerade das Tessin, ich meine, die versaufen ja im Verkehr. Es ist völlig klar, dass sie etwas gebraucht hätten. Es ist sicher, da kann man jetzt mal noch die Sozialdemokratin Simonetta Sommerhuger abschieben. Es ist auch nicht eine sehr intelligente Vorlage gewesen. Und ich sage es auch, ich glaube, der Simonetta Sommerhuger ist auch nicht so wahnsinnig wichtig gewesen, dass das durchkommt. Also sie hätte sicher auch gut mit einer Niederlage leben können. Also von dem her ist das sicher nicht, da tut man ihr kein Unrecht, wenn man das Gefühl hat, ja, so viel überlegt hat sich nicht. Aber das andere, und da müssen wir jetzt schon mal reden, der grosse, grosse Elefant in diesem Raum, und das sieht man auch bei den Mietvorlagen, es tut uns leid, es ist Zuwanderung, es ist klar, dass die Leute immer mehr, und da reden wir vor allem von den Wählern der SVP, aber auch von der Mitte, die Mitte geht immer ein bisschen unter, man redet ein bisschen zu wenig über die Mitte, die Leute von der Mitte sind ja auch vom Sozialprofil sehr ähnlich wie die Wähler der SVP, das sind Leute auf dem Land, das sind Leute, die nicht so viel verdienen usw. die Leute, die haben die Schnauze voll, die haben die Schnauze voll von der Zuwanderung, und die werden uns noch sehr viele solche schlechte Ergebnisse bescheren, wenn man nicht endlich den Elefant im Raum wirklich, ja, sieht und anerkennt und dem Elefanten mal gut zu redet. Dominik? Ja, das glaube ich auch. Das hat ja auch unsere Befragung gezeigt, durch unseren Nebelspalten-Politbarometer zum Thema Verkehr, wie wichtig das ist. Und auch, die Stimmung ist ein bisschen so gewesen, halt auf rechter Seite. Wir haben selber sehr viele Zuschriften bekommen, Leute, die sagen, ich bin nicht mehr für einen Ausbau, für das Ausgeben von Milliarden, für die Infrastruktur zu haben, wenn ihr nicht endlich die Zuwanderung bremset. Und da irgendwo ist das durchaus auch, das ist nicht nur eine irrationale Sichtweise, sondern das ist durchaus ganz vernünftig, dass man sagt, wir bauen doch nicht hier für Milliarden Strassen und ihr könnt dann einfach weitermachen wie bisher. Das ist befürchtet. Das Problem ist jetzt, dass der ganze Nachmittag und auch morgen in allen Zeitungen, das hat aber mit den linken Journalisten zu tun, überall wird man sagen, das ist ein linker Sieg und die Bürgerlichen haben verloren. Und jetzt machen wir, die SP fordert jetzt die ökologische Transformation der Verkehrsinfrastruktur. Es wird jetzt ein völlig neues Narrativ aufgebaut, das natürlich mit dem Zuwanderungsproblem eben auch immer noch nichts zu tun hat. Oder von dem her, man hat jetzt da ein Signal gesendet, aber ich bezweifle halt, dass das ankommt. Ich hoffe, die Bürgerlichen nehmen das ernst, weil es kommen weitere Abstimmungen über Infrastruktur. Und wenn man bis dann das Problem immer noch nicht gelöst hat, werden die Leute wieder, mit Hilfe von Links-Grün, vielleicht eine weitere Vorlage versenken. Und dann kommen wir nie weiter. Also ich finde, man sieht es ja bei den Mietvorlagern, sind wir ehrlich, das sind zwei kleine, 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 munzige, munzige Reformen. Also es hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, da überhaupt das Referendum zu ergreifen, wie das die Linken gemacht haben. Aber es ist ja gleich, sie haben da auch gewonnen. Und dort ist auch völlig klar, ich meine, wenn die Zuwanderung so weitergeht, haben die Leute Angst, dass sie bald keine Wohnung mehr haben. Oder dass sie eben, wenn dann der Eigenbedarf angemeldet wird, vom Eigentümer, dass die sofort rausgerührt werden. Oder dass sie eben gar keine Wohnung mehr finden. Also es ist völlig klar, dass zum Beispiel die Mietvorlagen gescheitert sind an dieser Misere, die wir in der Bevölkerung haben und die wir ja völlig teilen. Also ich meine, es geht nicht so weiter. Es geht nicht so weiter. Und das ist wirklich, das haben die Wirtschaftsverbände, ins Stammbuch geschrieben. Also die Ekonomi Suisse kann noch lange ihre Rahmenabkommenfantasien verbreiten. Oder die anderen Wirtschaftsverbände können noch lange probieren, die Personenfreizügigkeit zu retten. Wenn es so weitergeht, wird das immer unmöglicher. Und was schlimm ist, es tut uns gerade alles andere auch noch verunmöglicher. Wir können die Infrastruktur nicht mehr ausbauen. Wir können das Mietrecht nicht reformieren. Wir können die AHV nicht sanieren. Es wird immer verreckter. Wir machen immer mehr eine Politik, die wir gar nicht wollen, weil die Leute aus Protesten oder teilweise auch aus richtigen Gründen sagen, nein, so geht es nicht weiter. Jetzt können wir endlich mal das grösste Problem lösen und dann können wir die anderen Reformen anschauen. Es ist wirklich ein Dilemma und es macht auch keinen Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, die SVP hätte das Thema Zuwanderung rufen gespielt. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht von der SVP gekommen, sondern wir haben es wirklich, du hast es vorher richtig schildert, es ist von den Leuten gekommen. Die Leute haben das gesagt. Wer an eine Veranstaltung gegangen ist, hat das gehört, dass die Leute das sagen. Es ist nicht so, dass die SVP oder die Mitte oder die FDP sowieso nicht das Thema irgendwie künstlich aufgebaut hätten. Es ist sofort gekommen. Ja, und vor allem, also du erinnerst dich, vor zehn Jahren haben wir ja abgestimmt über die Masseneinwanderungsinitiative. Damals haben wir von dichtem Stress geredet. Und ich muss dir einfach sagen, ich bin ja vor allem Zugfahrer, jeden Morgen und wenn ich auf Zürich muss, fahre ich auch Zug. Ich muss dir sagen, die Verhältnisse heute auf dem Bahnhof, sei es in Münsingen oder in Bern oder in Zürich, sind ein Vielfaches oder hat es Zürich im Tram von dem, was wir 2014 erlebt haben. Das heisst, es ist eben verreckter geworden und ich glaube, und auf den Strassen sowieso, ich glaube wirklich, wenn man das nicht ernst nimmt, dann ist auf der Kippe, was die bürgerliche Schweiz ausmacht, weil die Bürgerlichen da Rechnungsfehler machen. Also vor allem natürlich die FDP und die Mitte, die Mitte eben wie immer paralisierte Gerhard Fisch, das sagt einfach nichts, Weder zur Zuwanderung sagt er auch nicht viel, ein bisschen, oder flunkert etwas von einer Schutzklausel, die man unilateral in die Schweizer Verfassung tun will, weil wir Masseneinwanderungs Paragraphen schon drin haben. Gut, immerhin, ich habe es dort schon gesagt, das ist eigentlich deutlich sein, die Zürich-Zeitung, aber nachher ist nichts mehr passiert. Ja, natürlich. Und jetzt tun sie in Brüssel einfach weiterverhandeln und wir haben keine Ahnung, ob das irgendwie je zum Ziel führt, aber was auch ein wichtiger Punkt ist, du hast es vorher angesprochen, die Linke, die jetzt jubeln, ja, das ist ja schön, sie sollen ein bisschen jubeln, aber sie leben über ihren Verhältnissen. Es ist nicht, das Nein hat nichts mit der Transformation zu tun von unserer Ökologie oder ökologischen Politik überhaupt nicht, sondern es ist wirklich genau das, dass man halt immer etwa, ja, etwa ein Drittel vom bürgerlichen Lager, und da sage ich es noch einmal, vor allem SVP-Wähler und vor allem Mitte-Wähler, die FDP hat das Problem sicher weniger, die haben, ja, ich sage es, sie haben die Schnauze voll und zu Recht haben sie die Schnauze voll und sie stimmen eigentlich durchaus rational. Was vielleicht noch, auch noch ein lustiges Thema ist, ich glaube, die Linke machen auch einen Fehler, die Zuwanderung wird natürlich auch die Linke auf die Dauer unglaubliche Probleme bringen, weil ihre eigenen Leute sind ja auch betroffen und es stört sie ja genauso. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das eben so weitergeht, dann gibt es schon ein bisschen eine Verehlendungstheorie, wenn wir nichts mehr ausbauen können, der ÖV wird dann auch schwierig zum Ausbauen, wenn die Leute sagen, ja, nein, also wir bauen doch jetzt da nicht diese Bahnen aus für die Zuwanderung. Das Argument gilt ja dann auch für den ÖV. Also letztlich wird es dazu führen, dass wir am Schluss die ganze Politik nur noch prägt ist von dieser Zuwanderungspolitik und es geht fast nichts mehr fürchen. Also wie gesagt, die Bürgerlichen müssen sich etwas überlegen, neue Lösungen bringen, dass wir uns endlich, endlich können emanzipieren von dem, ja, muss ich schon sagen, von dem Diktat aus Brüssel, der unsere Personenfreizügigkeit beschert hat, die eigentlich dysfunktional ist. In vielen Bereichen für uns hat er gute Seiten, aber in vielen Bereichen ist es eben dysfunktional und das müssen wir irgendwie korrigieren. Vielleicht auch Take-Back-Control, das ist ein grosser Wort in Amerika oder auch in England gewesen. Wir müssen das wieder selber steuern, dass es für uns, für unsere Interessen stimmt und nicht für irgendwie Interessen, die weit, weit weg sind von dem Land. Für die, die da sind, oder? Das ist auch das Entscheidende, glaube ich, wenn es dann ums Abstimmen geht. Dass es nicht so links ist der Sonntag, oder sieht man teilweise an kantonalen Resultaten, die schon rum sind. Ein Stichwort ist das Ausländergesetz, ein Ausländerstimmrecht, das abgelehnt wird zum dritten Mal in Basel-Stadt oder auch Stimmrechtsalter 16, das abgelehnt wird im Kanton Aargau. Dann habe ich mir notiert, ein Klimagesetz im Wallis ist gescheitert. Du musst dir vorstellen, dass alle Parteien ausser der SVP und auch alle Verbände sind dafür gewesen, dass das Wallis schon 2040 klimaneutral sollte sein und es ist klar abgelehnt worden im Wallis. Also das mit dieser Transformation ist mir nicht so weit gekommen, glaube ich, und es wäre völlig falsch, wenn die Linke das wirklich so glauben. Wir lassen es im Glauben von mir aus. Aber es zeigt einfach, die bürgerliche Schweiz, die gibt es schon noch. Sie wollte heute einfach ein anderes Signal senden und auch ein anderes als jetzt Kollegen von vielen Medien so aufgreifen. Genau, und was natürlich auch Gefahr ist, weil eben die Narrative, die sind halt wichtig und das Narrativ vom linken Sieg, das wird jetzt zuerst für die Linken einmal erfunden und dann natürlich von unseren, wie viele haben wir, 76 Prozent von den Journalisten halten sich für Links. Also für die 76 Prozent von den Journalisten ist klar, dass sie das linke Narrativ übernehmen und das Problem ist eben, dass es dann viele bürgerliche Politiker gibt, die das glauben, die das Gefühl haben, ja, eben, ja, wahrscheinlich ist es halt gleich so, man kann gar keine Autobahnen mehr bauen. Dabei muss man einfach eine intelligentere Vorlage machen. Es ist klar, jetzt haben wir zehn Jahre, nein, zehn Jahre, wir haben jetzt schon ziemlich lange Ruhe. Wahrscheinlich ist es noch schwierig für den Albert Rösti, jetzt da gerade wieder etwas Neues aufzugleisen. Aber letztlich, du schreibst das auch in deinem Kommentar, Dominik, wir brauchen hier wirklich einen neuen Ansatz, nicht den Sommerhuger-Ansatz, sondern wir müssen wirklich mal überlegen, wir brauchen eine Gesamtkonzeption von diesem Autobahnnetz. Was wäre da drin, was müsste man da vor allem reinschreiben, Dominik? Ja, wenn man es bei der Strasse lässt, dann bin ich klar der Meinung, man müsste wirklich alle Stauengpässe halt besitigen. Man müsste mehr Projekte rein tun, oder? Und man müsste auch klar machen, dass man schnell an die Arbeit geht und Dringlichkeit betonen. Ich finde halt noch, wenn ich es noch heute Nachmittag überlege, ein Problem ist auch, dass die beiden Fonds, der für den ÖV und der für die Strasse, dass die getrennt sind, obwohl das Geld für beide ja wesentlich aus der Strasse kommt, oder? Eigentlich müsste man sagen, es geht um Verkehrspolitik als Ganzes. Ist auch in unserer Bundesverfassung so, dass Verkehrspolitik nicht einfach da so gärtlich-denkenmässig auftrennt ist und das Geld kommt eben einerseits aus Steuergeldern, andererseits von der Strasse her und darum müssen wir die eigentlich auch zusammenlegen. Diese Trennung, die verdanken wir übrigens noch Doris Leutha, den Diesel-Doris, müssen wir schon nochmal erwähnen. Und dann könnte man natürlich bessere Vorlagen machen, wo ÖV und Strasse eben zusammen einen Schritt vorwärts kriegen. Das fände ich den Ansatz und ich finde, ich würde mal betröstlich zugestehen, er muss nicht unbedingt warten, weil die Vorlage eben ist, von der Simonetta Sommer-Rugen herkommt, die ist vom Tisch, da kann man sagen, wir tun jetzt das Verkehrsproblem gesamthaft anzuschauen, so wie man in den 50er und 60er Jahren ein Autobahnnetz für die ganze Schweiz geplant hat und irgendwo durchsachlich auch dann durchgebracht hat. Die Zeiten sind nicht mehr die gleichen, aber man sollte es probieren. Genau, man muss wirklich dorthin gehen, wo einfach die Engpässe sind und wo es einem wehtut. Magadino eben ist also etwas, was man jedes Mal fertig macht im Tessin. Ich meine, man kommt ja fast nicht mehr auf Locarno. Alles das sind Themen, wo die Leute und die Bevölkerung total beschäftigen und dann kann man die Bevölkerung eben auch mobilisieren, weil das ist ja schon das Phänomen. Ich meine, der grosse Teil von unserer Bevölkerung sehr häufig mit dem Auto fahren. Das ist ja auch noch etwas. Es sind etwa 80 Prozent, die eigentlich immer irgendwie mit dem Auto unterwegs sind. Das ist eine so grosse Mehrheit und dass diese grosse Mehrheit nicht an Turnen kommt oder falsch stimmt oder anders stimmt, als eigentlich fast die eigenen Interessen sind, ist ja schon bemerkenswert und das hat etwas damit zu tun, dass die Vorlage nicht gut war. Das ist klar, die Kampagne ist nicht gut gewesen, aber man kann das alles verbessern, man kann es noch manchmal antreten und ganz, ganz wichtig und das ist wirklich der Punkt. Glauben nicht die linken Narrativ, es heisst immer noch Autobahn, Autobahn, Autobahn. Das war Bern einfach und das war spezial an dem 24. November 2024. Da bin ich von uns wie Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art, diese Art von Journalismus zu unterstützen. Heute werden Sie im Fernsehen, in den anderen Radiosender, ich weiss nicht wo, in den Zeitungen immer das Gegenteil gehören von dem, was wir gesagt haben. Es wird gesagt, ja eben, alle Schweizer wollen jetzt unbedingt in die Steinzeit zurück mit dem Lastenvelo. Das ist nicht der Fall, deshalb müsst ihr das zuhören, nebelspalter.ch. Und wie gesagt, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nach wie vor gern Auto fahrt. In dem Sinn, macht es gut, noch einen schönen Sonntag, bis morgen, gleiche Zeit, nicht gleiche Zeit, aber die übliche Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall.